Erstmal danke an die Community für euren heftigen Support. Ich hatte das Ziel 50 Abonnenten zu erreichen und sind einfach auf dem jetzigen Stand bei 2100. Es geht lieber an Xion raus der mir diesen heftigen Push gegeben hat und mich freut es jedes Mal aufs Neue dass euch die Videos gefallen. Erst wollte ich das 1000 Abonnenten Special machen doch ich kann jetzt schon das 2000 Abo Special machen und sowas ist übelst krass. Ich hab mir überlegt, ich schneide einfach von allen Videos die besten Stellen heraus und in ein Video zusammen. Ich hoffe ich kann euch in der Zukunft trotz angehender Schule immer noch gut unterhalten. Danke für alles. So und ich kann jetzt meinen Meff äh... Alter ich schwöre ich geh gleich durch. Jetzt hab ich schon von Shandu aufgeschaut. So. So was denn? So. Jetzt meine Morsche jetzt. Sie wissen aber schon, dass Sie diese Scheiße zurückkriegen noch, gell? Entschuldigung es war kein Platz mehr auf der Toilette frei. Was soll ich denn machen? Irgendwann. Es war nichts mehr frei, was soll ich denn tun? Ihr habt mich auch geschissen. Ja es war kein Platz mehr auf der Herrentoilette. Ja ich hab's denn angeschissen. Ich bin in Fuller Hosen ausgeschmissen. Okay alles klar. Ich kenn das Video nicht. Hallo ich bin der größte Fan. Hallo. Darf ich dich mitnehmen? Sag sich er ist gestorben. Ist er gestorben? Ich hab gedacht das heißt Felix oder Heinz. Ja? Das ist ein Spann. Okay, wir warten ja. Ich habe ihn ja nicht. 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 Ja ich habe ihn ja nie. Ich will jetzt kein Kernöl. Geh weg von mir! Ey Bruder, was soll das? Nein, hab ich nicht. Geh weg. Ja, weil ich kein Zartbiz. Geh weg von mir. Sehe ich so aus wie ein Kernölverkäufer. Das ist mein Kernöl-Game-Doch. Na! Hilfe! Die wissen alle nicht, was ein Kernöl ist. Kannst du dem Bogen mal sagen, es ist immer ein Kernöl-Game-Doch. Applauschen Kernöl. Ich weiß, was ich dir jetzt gebe. Ja, hoffentlich Applauschen Kernöl. Jo, schau. Jo, schau. Wir urinierten da hinten. So brav. So brav. So brav. So brav. Guckuck. Ja, Gott noch mal. Na, Herrgott, was hören sie sich denn da an? Haben sie einen Laptop drin oder was? Da bleiben sie bitte da, ja? Aber ich rufe sie uns einen Ko... Brauchen sie wirklich keine Hilfe? Oh, nein. Oh, ist gut. Ich rufe sie uns einen Kollegen, da bringt sie es uns ins Krankenhaus. Sind sie das wollen? Nein, nein, nein. Ich will jetzt schon wieder zum Doktor. Nein, bitte nicht. Ich bin schuld. Bitte nicht. Kurz auf die Plantage. Ich rufe sie nicht. Nein, nein. Wie haben sie keine... Bethlehem. Na, ja. Wir sind oben drin. Da sind die Sonderkrasse, die Tourette-Marg Gyllen. Geil voll hin, alter. So eine scheiße, Morro. Gibi das doch nicht, 22, willst du nicht. Du blödes Stück Scheiße, Alter. Alter, guck nicht so beschissen, alter. Du sagst mal, Herr Bub, was ist denn da eigentlich los? Ich war schon. Ich frag mich echt, was ich aufgeführt hab, dass die mich reden wollen. Boah, alter. Was war das denn gerade? Seid ihr alle angeschnallt, ne? Hoffentlich. Jojo. Jojo. Oh nein! Nein, Jux! Ja, wir würden sonst mal, sonst kannst du nicht hinter uns parken, dann können wir mal da interagieren. Was zum Teufel? Das ist der Sammlerwicht. Scheiße, genau, jetzt ist mein Tank leer. Ach, komm, f*** dich. Komm, f*** dich doch einfach, du verf***tes Scheißteil, Alter. Ah, Ruhe ist Rainer, Ruhe. Ruhe, Rainer. Was ist denn in meinem Garten hier? Oh mein Gott, ich bin nicht in deinem Garten. Alter. Verbrich doch, ich sei selbst verschissen, Mann. So, schau mal. Ah! Oh mein Gott! Ah! Du blödes Stück Scheiße! Hörschrocken! Ah! Die Maus! Das wird so... Alter. Danach, wie ich das reingekippt habe und fertig war mit dem Essen, auf einmal krummelst du in meinem Bauch. Ich denke mir, Alter, was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße, war ich aufgebläht. Ich musste alle zwei Minuten furzen. Und das waren keine normalen Pupsis. Ne, das waren... Das waren Explosionen waren das. Und ich war ca. 10 mal auf Toilette. Alter Schwede, ich werde dieses Zeug nie wieder anfassen. Oder ist jetzt Rose, ich weiß nicht. Schöne... Wallah! Was habt ihr da für einen Patienten drin? Zum einen funktioniert das nicht und das andere. Zum einen will das nicht funktionieren. Zum anderen kannst du jederzeit am Handy oder auf einen anderen PC gucken. Was bringt es dir? Gar nichts. Sieht aber schon ein bisschen scheiße aus. und aber sie riechen auch so. Hat es sich nicht für ihre Mutter auch mal erwischt? Beim was? Ja, beim Fernsehen am Abend natürlich. Achso, ähm. Kennen Sie noch die Werbung? 080 5 4 6 4 6. Kennen Sie die Werbung noch? Kennen Sie die noch? Ich kenne nur die 6 mal 6. 6 mal die 6. Achso. Ah, reife Omas oder was? Die sie eh gepackt. Bruder, wir müssen zumachen. Hast du jetzt wieder aufgemacht? Bruder, passt doch auf! Oh, da ist ein Junge! Oh, du Arschloch! Ah! So, dann gehen wir nochmal weiterschauen und... Es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Ander, leg dich hin! Ja wie, mein Bett ist gerade weggesprengt worden, du! Geh schon raus, geh schon raus! Der Wichser hat mein Bett weggesprengt, samt meiner Kiste, das sch... Was macht das? Alter, was machst du denn? Das ist schlecht, dich mit deiner Scheiße! Warum, ich wollte ein Geschenk machen! Jetzt habe ich dir die Händel im Garten! Alter, jetzt gackern die da überall! Warum, nein, nicht da! Nein! Bitte hoch! Ach, mein Arsch! Ach, ich bin aber aufgestanden! Das tut mir lebt, mein Schleißwein!